Hallo und herzlich willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Ja, erst in der dritten Aufnahmesession jetzt und wir sind schon in Kapitel 3 war es, ne? So, ganz toll. Recht entspannt eigentlich. Und ich würde sagen, wir machen heute mal ganz entspannt auch weiter sowieso und so auch. So, hier nochmal das Boot, was wir letztes Mal noch verkauft hatten. Ähm, blabiblob. So, warte. Wir gehen mal direkt auf die Karte, gucken mal nach. Mission hätten wir das hier noch. Ach, das hier ist im Arsch der Welt alles. Okay. Das ist sowieso die einzige Hauptmission hier. Deswegen kann man das ruhig machen. So. So kann ich die nicht grüßen. Ähm, wo ist denn hier eigentlich da vorne? Guckt der hin? So, warte. Achso, da rennt er nicht mit uns. Dann ist ja gut. So, wir starten einmal durch. Es geht in diese Richtung hier. Jawohl. Alles klar. So, gucken, wie weit wir heute kommen. Ich bin gespannt. So. Hier geht's hin. Bremse. Bremse. Klappt ja gut. So, warte. Hey, Arthur. What are you doing? Selling it back to where it came from. Why? I ain't got a market for it. They made it. They must have someone to sell it to. Stuff look kind of lonely out here. I think we'll cut ourselves a deal. Ah, I get you. You and Dutch was just doing your duty when you requisitioned it. Now I'm doing mine. All right. I should get going now. I'll leave you fellas to it. Good luck. Thank you, John. We'll see you later. Dutch asked him to look into something to do with the Braithwaite horses, I think. Sure, okay. Okay, let's head out to the Braithwaite's place. You know the way? Yeah, I've been there. So, what exactly are we doing? This is the moonshine we took after blowing up the Braithwaite steel, right? I think the good citizens taking the trouble to return their stolen goods deserve some reward, don't you? And it's time we made a formal introduction, like Dutch told us. Look, these are two big old plantation houses. All I keep hearing is they hate each other so much they can't see past it. I know. I've seen it. There's a gray boy and a Braithwaite girl carrying on a secret affair. I've been, well, helping them. The mind boggles. Do you think they're of use? Not sure. They don't seem too involved in the rest of it, but maybe. Well, I'm sure there's money in this for us somewhere if we can get in the middle of it. Here we are. Modest little homestead, isn't it? Hello, gentlemen. How are you? What's that in the back there? Moonshine, my fine fellow. May I have a word with the man of the house? The man of the house is a lady. Mrs. Catherine Braithwaite. May I speak with her? I want to discuss a business opportunity. I mean, no harm. No harm at all. You may happily shoot me if I do. Okay. Okay. She's at the house. Hello? Just can we not... We'll be watching you. Jetzt. Wir fahren mal zum Haus. Okay. So, schön geradeaus durch. Sehr gut. So. What do you want? Found something. Out in the hills. Thought maybe you was in the market for it. For what? Some liquor. I ain't in the market for what's already mine. The way we see it, it's ours. Well, with us possessing it, and I checked all over. For the life of me, I couldn't see your name on it. Oh. Relax. I ain't here to rob you. Oh, it seems that's easy enough. Why don't I do a deal? What do you sell that stuff for? Dollar a bottle. You can give us 50 cents. It's already ours. Look on it as a reward for finding the property. Alternative is we go sell it someplace else. The alternative is you get shot. Now, who wants to get shot over a bottle or two of liquor? Pay the man. Pleasure doing business with you. And listen, we didn't take it. At least not without orders from... Oh, I know exactly who gave you your orders. Old Sheriff Gray. You know what? I don't want it. In fact, sir, now you can do me a favor. There's an extra 10 bucks if you do. Drive the stuff into roads, head over to the tavern, run by Mr. Gray, and give the stuff out for free. Mama. Hush now. I believe they call that a promotional expense. Ha. As you wish, madam. You boys come back sometime and tell me how you made out. Maybe we'll play a little cribbage. Creegee is so long-würdig. So. Here we go. So, we give them a full gas. I thought we sold those Cornwall-Bonds. I got close to a thousand for them. I wanted more, but not bad considering how hot they were. Especially after that bloodbath in Valentine. No, not bad at all. Apparently, Cornwall's been pumping a lot of cash into the Pinkerton's. wants to keep their full effort on going after gangs. Gangs like us. Yeah. That don't surprise me. All right. This could get ugly. You and Dutch already have that thing going on in town with us. The sheriff. Yeah, Mr. Gray. That's it. Now we're... ...inserting ourselves in his blood feud. We'll need some. I ain't playing dress-up. You know how I feel about that. Of course you're not. You're... You're a clown's... ...idiot... ...brother. ...Mosea, please. I'm the clown. You're the idiot. Just... ...look sad and keep quiet. Even you can do that, Arthur. Oh, I have to. Yeah. Put this hat on. Huh? 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 Sieht großartig aus. Huh? 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 Oh my God! Schau! Ich bin weg! Ja! Das muss so! Ja! Ja, der Zaun ist sowieso, der hätte mal annoyed werden müssen, sowieso, deswegen hab ich schon mal die Fahrarbeit getan. So! Also auf jeden Fall würde Arthur bei Jeremy's Next Topmodel, würde er gewinnen, glaub ich. Das ist, glaub ich, auch nicht schwer, da zu gewinnen, ne? So. Äh, so wie alt man... Okay, Fenton, bleib jetzt! Für Mama, wie sie dich so liebte! Heh. Es ist nur ein Schade, dass du sie in einer Rage hättest. Genau. Du gehst zwei Beispiele davon und folgst mir. Huh? 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 Ich bin Melvin. Ich bin Melvin. Sie sagt, gib uns halb eine Stunde. Was kann wir in halb eine Stunde tun? Huh? Geh weiter! Räng mich halt noch weiter weg. Junge. Warte. Ach ne, ich muss hier. Das ist mein Bruder Fenton. Er ist ein bisschen lustig. Aber, mein Mann, kann er nicht mehr drinnen. Für die nächsten 30 Minuten, die drinnen in diesem hier bar, in diesem hier town, sind völlig frei. Die nur die Runde ist, dass man sie zu trinken. So, hey, put old Fenton to work. Don't get him mad, though. His Mama made him mad, und wir verraten sie. All this. Ha, 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 ha. Now, come up to the bar, everybody. Come on, Paul, is it you're lucky? I have one, Ben. A gift. Bounty. It's a sandalook a gift horse in the back. Oh, that's some strong stuff. Just keep them coming. See you okay, he's all. Ha, ha, Mr. Grimm won't be happy about this. Ben, grab another bottle. Plenty to go around. Ich will auch. Ich krieg gar nix. Was soll denn das? Ich will auch. Hallo? Was ist los? Hallo? Hey, Job als Barkeeper kriegen hier. Und das ist mir sicher länger als eine halbe Stunde her jetzt. Ah. Pfff. 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 Hey, send a couple this way, will ya? Keep drinking! There's plenty more of that in from it. It's all free! Pfff. Das kann doch nicht gut gehen. Ich frag nur. Pfff. 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 So, äh, nein, das ging sauberer Leder, so jetzt, natürlich, ciao Freunde, ich bin weg, schneller, nein, nein, noch machst du Läden. Hä, was ist denn jetzt los, natürlich, weißt du, der Opa ist wieder zu blöd, weißt du, und wir kriegen es wieder nicht hin, das ist natürlich typisch, weißt du, so, warte nochmal, so, so, jetzt schießt der gar nicht, guckst du fünfmal, das ist okay, ja, will sie sich grad ein bisschen nach verarschen, gut, so, Oh, Junge, schießt doch einfach, was ist daran so schwer, und jetzt bewegt der fetten Arsch da oben. Ja, ähm, wieso kann ich denn da nicht hinlaufen, Alter, fick dich spielen, fick dich spielen, danke, ist das traurig, wieso kann ich denn da nicht, Alter, unnötig, das finde ich so sau unnötig, wieso kann ich denn nicht so einfach, das ist, also gehst du da hin, steckst ihn nach dem Kopf rein, ziehst du es wieder raus, fertig, aber nein, Ah, heilige, mein Güle, so, so, oh, oh, ist so lang, jetzt bewegt dein fetten Arsch da hoch, Mann, jetzt hab ich schnell die Schnauze voll, ja, So, 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 Ach, die Kamera, da ist sich so fucking lahmarschig, Ciao, Ja, los, Dann war's eilig, Hopp, Ich dachte grad nicht schon wieder, Alter, So, los, Dann war's eilig, So, Ja, du machst was, ich weiß, Ich kann die Kamera nicht drehen, What? Ah ja, Nein, Da will ich hin, So, 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 Ja, los. Du musst da weg. Oh, warte. So. Ah, gut, der war aber noch weit weg. Watt, 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 watt. Ja. Danke, dass ich so viel sehe. So. Da ist das und da kommt noch mehr. Warum frage ich eigentlich noch? Rechts. Ich sehe aber keine mehr. Okay. Aber das da im ersten Schock geben, das fand ich echt sau unnötig programmiert, einfach. Das war mega unnötig gemacht. Ich denke, es ist mehr, dass sie nicht eine andere Gang auf ihrer Patsche haben wollen. Okay. Lass mich auf den Weg. Okay. Wir sind gut. Ja. Erinnerst mich nie, dass ich eine Karriere aufzunehmen. Was war es? Advertisend. Ja. Du denkst, dass die Frau uns aufzunehmen hat? Nein, ich glaube nicht. Vielleicht. Das Ort ist odd. Ja. Ich kenne diese Frau. Einige Militia. Ich bin sicher nicht so glücklich, dass sie ein neues Wettbewerb. Ich gehe und schaue den Mob Braithwaite. Ich sehe, was was. Was? Wir haben Geld gemacht. Die Tests wird wiederholfen, aber sicherlich. Part of me thinks we just get ourselves good and lost. But we still need a lot more money before that can happen. So, for now, let me go give old Mrs. Braithwaite some of this moonshine as, well, let's call it a peace offering. Sure. That was fun, Fenton. We'll make an actor of you yet? I'll go speak to Dutch. I'll go speak to Dutch. So, what do you think? About what? The fine folks around these parts. Oh, real nice. Exactly. On the one side, we have got the Gray family. Scots, degenerates, drunkards, the local law. You couldn't make this stuff up. Rich is creases. And on the other, their mortal enemies, the Braithwaites. Moonshiners, hypocritical, both rolling, we believe. In gold. And in the middle of it all, you got some inbred retelling of Romeo and Juliet. Exactly. So, what you boys thinking? We try to rob them both. You sure? Why not? Because we got lawmen in three different states after us. The last thing I want is to get us into trouble, but we need money. Now, we have the opportunity here to put ourselves in the middle of something ain't nobody gonna know we was here. Because even without us, these fools are gonna kill each other anyway. Okay, well, Hosea's gone back to see that Braithwaite woman. Good. Hosea should definitely take the lead on this. I sent Sean over to Braithwaite Manor, too. Now, you can meet up with them, or join John and Javier at the Gray's place. Something to do with the Braithwaite's prize horses. Well, how the hell did we get an in at the Gray's place? Sheriff Gray kindly put in a word with his father. It ain't that complicated. We gotta convince each family that we're on their side, and then we rob them both. Before they figure out it was us that done it, and not the other lot, we'll be long gone. Think of it as payback for my daddy. Payback? I ain't in the revenge business, Dutch. Least of all for something that happened a long time ago. Well, I guess we all gotta pay for something. Now, if you will excuse me, Arthur, I got to write a letter. Okay. So, es ist Nacht. Ich würde sagen, wir gehen mal schlafen, wenn wir schon mal da sind. Moment. So, nee, das Umziehen hier. Schlafen. So, jetzt hier, morgen, neun Stunden. Geil. Habe ich heute auch gemacht. Danach muss ich aber aufstehen, weil ich vorm 1 gucken wollte. Deswegen. Länger als neun Stunden war heute nicht drin. So. So, wir müssen mal ganz kurz folgendes tun, warte. Da war was im Weg. Wir müssen mal ganz kurz unsere Jacke abwaschen, warte. Da gehe ich nicht rein, warte. Da muss ich erstmal ganz kurz... Oh, ich kann hier gar nicht. Jetzt trinkt er das ein, zwei. Ich weiß es nicht. Ich will die Schlange erlegen, aber es geht erst, wenn wir hier außerhalb vom Lager sind. Lager. Karl Lagerfeld. Da kommt der Name auch her. So, warte. Alter. Die verarschen. Na, daneben nicht. Dann eben woanders. So. So, essen brauchen wir erstmal nichts. Ich habe gerade gesehen, die Keine waren relativ gut voll. Wo ist denn das Pferd hin? Das war falsch. Wo kann ich denn das nochmal holen, eigentlich? Weil auf der Karte sehe ich es überhaupt nicht. Wo ist denn das? Hä? Können wir mich verarschen? Wo ist das? Jetzt taucht es irgendwo auf. Hä? Vorne. Wie kommt denn das hier vorne hin? Hallo? Was geht? So, warte. Ähm. Blabliblub. Einmal können wir da hin, einmal da. Ich würde sagen, wir gehen erstmal da hin. Ist ja eigentlich egal. Weil wir müssen sowieso beides machen. Deswegen passt es schon. So. Okay. Schöner Morgen. Ich begann, wir sind irgendwas. Warte. Das hier. Das hier. So, die rennen komischerweise weg, das ist auch interessant. So, äh, ist hier noch ne Bache hinten drinne? Wenn nicht, dann würde ich mich hier mal gerne kurz bedienen. Na dann, na ne, jetzt haben die ja leergeräumt gerade am besten, ne? Oder auch nicht. So, guter Brain, die haben wir schon, na dann. So, jetzt hier. Hast du ein Garderobe, ja toll. Wo willst du denn hin, Junge? Die ist hinter dir. So, jetzt. Haben wir alles schon, haben wir alles schon. Okay, dann. Hier könnte noch was sein. So, aber scheint nur Diko zu sein hier im Spiegel. So, hier vorne. Hallo, bleib hier. Das war nicht korrekt. So, jetzt hier. Okay. Wir gehen mal weiter. Was sagt die Ehre eigentlich? Ah, geht so. Ah, der Kontostand gefällt mir. Watt denn? So. Dann geht's weiter. Da war was im Weg. 8 Uhr 10 haben wir's. Wenn man aufwacht, hat man's in der Regel 6 Uhr. So. Okay. Ja, um dich kommen wir uns mal irgendwann später. So. Wir sind ja schon da, wie man uns schwer erkennen kann. So. War eigentlich eine automatische Tür? Nee, okay, die bleibt offen. So. Da sind wir. So, die Route geht hier lang. Dann bewegen wir uns mal hier lang. So. Okay. Wird die Waffen noch austauschen, ne? Wir haben jetzt ja... Achso, spielen kann ich hier ja nicht. So. Okay. Ich bin hier in der Stadt, und du helfenst alle. Und überall, da sind Probleme. Und hast du mit meinem Partner, Arthur Morgan? Nein. Ich habe mit deinem Sohn, der Sheriff. Okay. Mr. Gray hier, was saying how he had problems with a family. A family of degenerates. Oh, well, nobody likes degenerates. Hagener, inbred sons. They ruined this county. They killed my uncle, you know. That ain't right. Problem is, we can't be seen to get too close. And? We've got gold, Yankee. We've got gold. I ain't no Yankee, friend. I ain't nothing. My daddy came over on the boat from Scotland. I'm Scottish. In the Braithwaites? Goddamn peasants. I don't know. Mongrels. Slave fuckers. All you gotta do is look at them. How much gold? Enough. These are prized horses I'm talking about. Them, they'll get you 5,000. 5,000? For horses? Easy. Where do we sell them, these $5,000 horses? Over in Clemens Cove. Fell over there, we'll run them out of state and give you 50 cents on the dollar. Mister, you got yourself a deal. Just keep us away from this. Publicly, I mean. My sense is, we keep all horse rustling away from the public. Okay, los geht's. Go to the stables on the south side of the manor. That's where they keep the thoroughbreds. Alles klar. So, warte. Ich bin mal gespannt, was das für 5,000... Ne, Euro nicht. Den gab's da noch nicht. Den gab's erst, äh, ein paar hundert Jahre. Ein paar hundert, genau. Hundert Jahre später. Oh. Oh. Oh, dude. Wie ist das? 5,000 Dollar für Horses. Wir haben die falsche Volk alle diese Jahre. Ja. Er weiß nicht, was er spricht. Aber, wenn wir noch eine dritte davon bekommen, dann wird es wert. Okay, wir müssen gleich mal etwas ausprobieren, wenn ich so entdecke. So, wie werden wir das spielen? Das Ort ist gut gegründet. Also, es gibt keine Punkte in den Blasen. Wir machen sie denken, wir sind da und schauen, um zu kaufen. Drei armte Männer? Du wäre armte, wenn du 5,000 Dollar auf Horsen spielst. Wir sollten in der Rückweg gehen, doch. Vorher, zu viele Fragen. Vorher, zu machen. Warte. Da ist ein Bein. Ich spreche ihnen, okay? ig, dann. Kann ich Sie helfen, Vater? Ja, wir sind hier zu sehen, über ein paar Horsen. Horsen? Ja, wir hatten eine freie mit M. Braithwaite, ich glaube. Ja, ich nie gehört nichts davon zu tun. Ein Partner wollte ein rechtes Vertriebsverte in ein paar Staple abbyaten. Natürlich, los geht's. So einfach geht das. Hier ist zwar ein Weg, Leute, aber nutzt ihn ruhig nicht. Erst jetzt wieder, toll. So. Wieso ist hier links ein Weg? Hier geht's durch den Busch durch. So, ein toller Weg hier. Na ja, gut. So, wir machen das mal. Hallo. So geht das nicht? Ah, jetzt. So. 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 So kann ich nicht... Hallo? Hä? Ich kann da nicht. So kann ich kein Y drücken. Ist ja gut, Mensch. Willst du mich verarschen, Alter? Was war das jetzt? Du hast es zu lange gebraucht. Ja. Toll. Voll das Argument einfach. Einfach so abzubrechen. So völlig ohne Grund. Leck mich doch, ey. So, nochmal. So. Leck. Hallo. So, was. So, was. So, was. All right. I'll grab the white one in the middle. You get the other two. Relax, boy. Come on. Good boy. Easy now. Hey, easy now. Marshal, you're gonna tether him up to Javier's horse. Okay. 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 Auf hier. You're gonna lead the stallions. Easy there. Easy there. Easy. Easy. It's okay. Whoa. Easy. Juhu. So. Junge, wir wollen ein Pferd klauen und nicht die Kaffeekränze abhalten. Geh mal schneller. Klappt ja gut. Moment, Junge. Danke, dass ich das richtige Gewehr erstmal rausholen darf. Entschuldigung. Schnauze. Feels, feels, da. Feels good. So. Äh. So. Äh. Da. Drehen die fucking Kamera, ey. So. Ciao, Freunde. Ich muss auch jetzt die Kamera hochdrehen. Oh Gott, ey, diese Scheiß-Kamera-Führung, ey, die regt mich auf. So, weg damit. Entschuldigung. Ich muss nur mal ganz kurz hier. Ja. Alles klar, ich lad mal kurz nach. Ich glaube, wir haben ihn verloren. Nein, schau mal kurz nach! Wer ist da? Ich bin auf dem Weg! Nein. Nein, nicht das Pferd. Nein. Bloß nicht das. Kamera drehen, Junge, dass man die Kamera wieder nicht zurückdrehen kann. Alles klar, weiter geht's. Ich ahne schon, was jetzt kommt. Geht's jetzt weiter? Nein! Oh, fick dich, Pferd. Alter, ey. Das Pferd kackt erstmal. Tolle Idee. Alter, ich weiß es nicht. Alter, ich kotze hier gleich im Quadrat, wenn das so weitergeht. Was ist denn hier los, ey? Was ist denn hier los? Hallo? Warum haut denn das andauernd ab? Ich mach doch alles genauso, wie es mir das Spiel sagt, weißt du? Aber nein. Ey. Los, jetzt gibt Gas hier. Schnauze voll jetzt. Geben wir mal Vollgas. Dann quennen wir ihn mal ein bisschen. Ja, ist ja gut. Es ist schön, wie die alle durchs Seil durchlaufen. So. Wir bieten den Kontrollen die ganze Zeit. Das ist voll nervig. So jetzt. Warum es übrigens unser Ersatzpferd. Keiner weiß, warum das da steht. Aber hey. So. Watt, watt, watt. Warte nicht. Dann gucken wir mal, ey. Was du boys want? Heard you was, uh... Heard you paid good prices for horses. Oh, we'll buy more or less anything, Pop. That so? Sure, Pop. I'm Clay Davies. That's my brother Clive. We're twins. We're twins, but I was born first. He came out all yellow and black, but he's okay. Sure. Yeah. I know these horses. They ain't yours. But I like you, and I'll give you... I can give you $650 for them. Okay. I was told we could get up to $5,000 for them. And I was told the boon was made of ladies' tears. Only it ain't true. Not one little bit. But... I like you boys. But I ain't got more than $700 on me. You want it, or you want to ride them fellers into town, and maybe someone there will hang you. We're gonna need more than that. I ain't got no more money, Pop. Here. Take it or leave it. Uh-huh. All right. You goddamn fool, Marston. Ain't no one around here got $5,000, boys. But nice meetin' ya. See you boys again, I hope. Come on. Yeah. Close the gate, Clive. I believe the yarn spun us by one of that Gray family. I imagined we was gonna be wonderfully rich. Huh? At the end of it, we felt like prize idiots. Dunetop. Yup.